Oft laden Politiker in Berlin zu einer Pressekonferenz ein, weil sie neue Inhalte vermitteln wollen. Und dann gibt es die Piraten, bei denen alles ein bisschen anders ist. Berlin-Direktor, guten Abend. Eine Pressekonferenz dient noch nicht für Vorstandsmitglieder der Piratenpartei dazu, Inhalte zu verkünden oder Neuigkeiten. Wir werden... ARD Text im Auftrag von Funk